Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über neue bemerkenswerte Aussagen von Professor Hans-Werner Sinn. Wir haben dabei wie immer das Wichtigste für euch kurz und knapp zusammengefasst. Professor Sinn erklärt unter anderem welche Folgen die aktuellen Maßnahmen der EZB haben und warum diese auf einem sehr schmalen Grat wandert. Ebenfalls sieht der ehemalige IFO-Präsident nicht nur Gefahren für die Finanzmärkte oder die Versorgungssicherheit, sondern auch für den Frieden in diesem Land. Wenn ihr erfahren wollt, welche Aussagen Professor Sinn traf und welche Befürchtungen er für unsere Zukunft hat, dann bleibt unbedingt dran. In einem seiner neuesten Artikel berichtet der ehemalige IFO-Präsident über die Zerreißprobe vor der die EZB steht und kritisiert die Notenbank zugleich scharf. In diesem Zusammenhang betont Professor Sinn auch, dass die EZB ihr bisheriges Vorgehen, in dem sie bei Problemen innerhalb der Eurozone schlichtweg die Druckerpresse angeschmissen hat, jetzt nicht mehr verfolgen kann. Zudem verdeutlicht er noch einmal wie massiv die EZB in den vergangenen Jahren Geld in das System gepumpt hat. Professor Sinn fasste es wie folgt zusammen. Zitat Zitat Ende Aber auch andere Maßnahmen der EZB sieht der Professor kritisch. Denn mit Bestätigung der Zinswende durch die EZB wurde es an den Anleihemärkten turbulent, da der Renditeabstand zwischen den deutschen Staatsanleihen und den höher verschuldeten südlichen Euro-Ländern, wie beispielsweise Italien, auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren kletterte. Es fand ein regelrechter Ausverkauf italienischer Staatsanleihen statt. Und die Unruhe an den Anleihemärkten haben damit erneut bewiesen, wie sehr die EZB mit dem Feuer spielt. Denn entweder treibt die EZB mit ihren Maßnahmen die Inflation an, was sogar in einer Hyperinflation enden könnte, oder sie muss eine Depression und die mögliche Staatspleite in Kauf nehmen. Der Grad ist für die EZB also tatsächlich verdammt schmal geworden. Zuletzt wählte die EZB im Zuge der Zinswende als geeignetes Mittel, die flexible Wiederanlage der Gelder aus abgelaufenen Anleihen, im Rahmen des billionenschweren Bond-Kaufprogramms Pepp. Wenn künftig also Deutschland eine deutsche Anleihe tilgt, wird die EZB für das Geld beispielsweise eine italienische Staatsanleihe kaufen. Die Geldmenge bleibt dann zwar gleich, aber die Zinsen steigen in Deutschland und sinken in Italien. Doch der ehemalige IFO-Präsident sieht das kritisch, weil Marktmechanismen ausgeschaltet werden. Professor Sinn sagte dazu im Detail folgendes. Zitat. Das ist sehr problematisch, weil Zinsspread zu einem funktionierenden Kapitalmarkt und zu einer funktionierenden Föderation gehören. Die Zinsspread beziehen sich auf die nominal auf dem Papier vereinbarten Zinsen, doch diese Zinsen werden im Konkursfalle gar nicht gezahlt. Damit die effektiven, mathematisch erwarteten Zinsen für alle Länder gleich werden, spreizt ein effizienter Kapitalmarkt die Zinsen nach der Höhe der Länderrisiken aus. Wenn sich ein Staat über Gebühr verschuldet, steigt seine Konkursgefahr, die Anleger verlangen zur Kompensation höhere Zinsen und die höheren Zinsen veranlassen den Staat die Kreditaufnahme zu verringern. Dadurch werden Schuldenexzesse automatisch verhindert. Zitat Ende. Doch mit Unterstützung der EZB wird die Kreditaufnahme hochverschuldeter Länder sogar noch gefördert, während weniger verschuldete Länder höhere nominale und effektive Zinslasten zahlen müssen. Die Lösung, die die EZB hierfür also fand, wird die aktuellen Probleme mutmaßlich eher weiter verschärfen, denn das Vorgehen wird Italien zwar die Verschuldung erleichtern, es Deutschland aber eher erschweren. Und je höher Italien verschuldet ist, desto schwerer wird es für die EZB Rettungsmaßnahmen für den Euro zu beschließen. Sollte Italien nämlich seine Schulden nicht mehr bedienen können, und der Punkt wird früher oder später kommen, dann wird der Euro in eine noch erheblichere Schieflage geraten als sowieso schon. Man zögert damit das Unvermeidbare im Grunde nur noch etwas heraus. Die Maßnahmen, die die EZB jetzt noch beschließen kann, sind allerdings äußerst begrenzt. So betont Professor Sinn, dass während einer Stagflation die Staatsfinanzierung mit der Druckerpresse nicht mehr funktioniert, weil sie die Inflation nur noch weiter antreibt. Vielmehr könne man die Bonität der überschuldeten Staaten und Finanzsysteme nur noch durch internationale fiskalische Hilfsprogramme sichern, die aber mit Steuern und nicht über Schulden finanziert werden. Professor Sinn brachte es wie folgt auf den Punkt. Zitat. Damit steht die EZB vor einem Dilemma. Will sie den bedrängten Staaten weiterhin bei der Verschuldung helfen, muss sie sich entscheiden. Sie kann den Staaten die benötigten Ressourcen über eine Verdrängungsinflation zulasten des Vermögens der Geldhalter besorgen, oder sie kann einigen Staaten die benötigten Ressourcen zulasten anderer Staaten verschaffen. Die Zeit des Free Lunch auf dem Wege einer inflationsfreien Bedienung der Druckerpressen ist vorbei, weil sich die Wirtschaftstätigkeit in einer Stagflation nicht mehr über eine keynesianische Nachfragepolitik stimulieren lässt. Zitat Ende. Infolge wird mit großer Spannung auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank geschaut und wie sie in ihrer Zwickmühle handelt. Dieser Spagat wirkt aktuell wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Schon mehrmals betonte in diesem Zusammenhang der ehemalige IFO-Präsident in den vergangenen Monaten, dass nur die EZB uns aus der aktuellen Situation helfen kann. Genau genommen wäre es sogar ihre Aufgabe, denn nach dem Maastrichter Vertrag hat die EZB für Preisstabilität zu sorgen. Daher steht für viele Experten fest, die EZB muss nun endlich durchgreifen und die Zinsen weiter erhöhen. Darüber hinaus warnte Professor Sinn schon im April, dass der Staat mit der Lösung der aktuellen Probleme heillos überfordert sein wird, sodass sich die Bevölkerung nicht darauf verlassen könne, dass alles schon wieder gut wird. Vielmehr rät er, sich auf schwere Jahre einzustellen und Vorsorge zu betreiben. Auch in der aktuellen Situation rechnet der ehemalige IFO-Präsident mit einer kritischen Phase, die dieses Jahr im Herbst bzw. Winter eintreten wird. Infolgedessen sieht er in der aktuellen Krise nicht nur Gefahren an den Finanzmärkten und für die Versorgungssicherheit, sondern auch für den Frieden. Und was denkt ihr? Liegt Professor Sinn richtig mit seinen Einschätzungen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience 1 1 2 out in